Das Wort ist niemand mehr gemäldet. Die Debatte ist damit geschlossen, wünscht der Berichterstatter das Schluss. War das auch nicht der Fall? Ich komme zur Abstimmung in dem Ausschussbericht 26.43. Der Beilagen angeschlossenen Entschließung betreffend eine multidimensionale Awareness-Offensive zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Radikalisierung auf TikTok. Wer die Etafia ist, dann bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und damit angenommen.